Du hast doch Belohnung für uns, oder? Äh, die Tickets bitte! Ach, Phantom Art, du bist nicht mehr wie die Person, die Pompom kennengelernt hat. Was ist mit dir geschehen? Naja, ich bin wirklich schnell gewachsen. Die Augen eines Schaffners lügen die, Phantom Art. Du bist nicht die gleiche Person wie vorher. Genauso war es mit 7. März, als sie mit den Trailblaze anfing. Wie soll Pompom das sagen? Du scheinst reifer zu sein, gefestigter? Äh, zuverlässiger. Pompom ist dir sicher. Du bist zuverlässiger. Pompom hat ein paar kleine Belohnungen dafür, dass du dich weiterentwickelt hast. Vergiss die Formalitäten, nimm einfach alles. Pompom wird deinen Fortschritt im Auge behalten und weitere kleine Belohnungen für dich vorbereiten. Wie genau diese aussehen werden, das findest du zum richtigen Zeitpunkt heraus. Gut. Die Belohnung des Schaffners. Pompom. Oh, das ist ja Pompom-Sleeping. Phantom Art. Tja, was ist meine Trailblaze-Stufe? Äh, ja. 12 nehmen wir. 13 nehmen wir dann gleich. Dann ist er gleich sowieso 14. Und nicht zu vergessen, die 15. Ach ja, die 16 ja ebenso. Mhm, für die Nummer 17, da hätten wir jetzt, er sagt, sehr eigenartige Kuriositäten. Nenne ich das einfach mal. Aber gut. Aber gut. Damit haben wir jetzt, er sagt, doch schon mal einiges erledigt. Okay, wir haben jetzt auch einiges an Stellarayade jetzt hier. Und wir könnten, er sagt, verbleibende Warps sind, er sagt, nur noch 20. Hm, also können wir gerade mal 16 hiervon ausgeben. Das ist nicht gerade sehr gut, wie ich fände. Oh. Das war der falsche Bereich eben. Also gut. Wir haben jetzt, er sagt, 18 normale Fahrscheine. Hier hätten wir, er sagt, 8, naja, Sonderfahrscheine. Hm. Ich würde mal sagen, wir nutzen das Angebot noch. Ich will jetzt, er sagt, wirklich, er sagt, hoffen, dass wir, er sagt, jetzt Beilu kriegen. Ah, leider bloß Stufe 4. Hm, der Lichtkegel des Schwertkampfes. War das jetzt wirklich alles? Leider ist er bloß ein Lichtkegel. Aber gut, einen Versuch haben wir noch. Aber ich glaube, da kriegen wir jetzt auch bloß irgendwas mit Stufe 4, oder? Ja. Ah, sieh mal ein Hook. Nicht schlecht. Wenigstens dann doch jetzt, er sagt, einen neuen Charakter. Aber schade, dass sie jetzt, er sagt, nicht mehr war. Das Sonderangebot ist da, mit der Sack jetzt leider auch vorbei. Schade. Schade, schade, sag ich da, oje. Für Sternenlicht kriegen wir jetzt leider auch nicht gerade sehr viel. Naja, da machen wir noch ein paar klitzekleine Versuche. Die jetzt natürlich, er sagt, auch nicht sehr viel bringen. Aber wenigstens haben wir einen neuen Charakter. Aber mehr dann jetzt leider auch nicht. Schade, wir bräuchten ja jetzt noch zwei weitere Fahrscheine. Na gut, können wir dann wenigstens aufsteigen? Ja, können wir. Ja. Ja. Das war's. Okay, ich würde jetzt noch mal sagen, leveln wir, wie er sagt, noch ein bisschen weiter. So, dass dann wenigstens unsere aktuellen Charaktere nicht, er sagt... Oh, verdammt, das war jetzt ein bisschen zu wenig. Nicht zu sehr, dass wir vielleicht später im Nachteil sind. Aber so müssten wir jetzt auf jeden Fall noch eine weitere Mission erledigt haben. Gut. Gut, schließlich... Die Vergangenheit kommt als Lawine zurück ab. Steige ein... Steige ein Lichtkegel einmal auf. Aktiviere den vierteiligen Effekt der Relikte. Ist, er sagt, noch nicht verfügbar. Schade. Aber gut, stattdessen können wir jetzt, er sagt, wiederum auch wieder zurück nach Charilio 5... Äh, 6. Zurück zur Felsenstadt. Hatte ich zwar jetzt der Sack vorgehabt, aber das können wir anscheinend jetzt bloß so machen. Es ist langweilig. Wo bist du jetzt? Okay, wenn wir das, er sagt, jetzt erst mal... Abgeschlossen haben, kriegen wir, er sagt, noch 80 weiteres... Stern, ja, würde ich das mal nennen. Hey, du kamst. Das war schnell. Na ja, nicht wirklich. Wir haben jetzt, er sagt, ein klitzekleines bisschen Pause gemacht. Von der Hauptmission. Und was macht Wildfeuer in der Mine? Didn't I tell you? Long story short. The underground used to have many mines. However, in recent years, some sort of corrosion called the Fragmentum started to spread. It's ruined a lot of mines. The one we're heading into is relatively unaffected. A bunch of vagrants made at their home after their old turf was consumed by the Fragmentum. Actually, most of them are pretty honest folks. But with such a large group, it's inevitable that troublemakers will find their way in. They've been stealing stuff from the miners and picking fights. And that's not the worst of it. Things are much more serious this time. For two days now, huge clashes have been breaking out between the miners and the vagrants. It isn't pretty. Mines are our lifelines in the underworld. We have to keep providing Geomero to the underworld in exchange for supplies. In order to call the situation, Chief Oleg brought Wildfire into the mine and left me in charge of security for the towns. But the situation in the mine is critical. I have to back him up. Okay, I believe I understand that. Naja, was soll's. Verstanden, los geht's. Oh, as for you. The Chief will decide your fate when we see him. Good. I've been wanting to come face to face with the leader of the underworld. You're about to come face to face with reality. Oh, isn't that the doctor lady? Nat, I didn't think you'd be here. Where's Oleg? Hey, Zila and Sampos guests. So it looks like you've already met. I haven't seen Oleg. The miners said they saw him take a group further in. Miners and their family members. They want an explanation from the instigators. This area up ahead is a vagrant dwelling, but they've sealed off the entrance. I guess they're afraid that angry miners might try to take revenge. I heard that many were injured in the clashes, so I hurried over here to see if I could help. How could the situation here become such a mess? I heard that first mining team found a Geo Marrow vein with incredible deposits. The initial estimate put it at the largest discovery in the last 30 years. Are you serious? That's big news. How come I never heard about it? Well, they weren't in a hurry to make it known. Most of the mines have been contaminated by the fragmentum. Many people are out of work. They were afraid of being overwhelmed if they let the word out. But the vagrants here have keen eyes. They couldn't keep it hidden from them. Some local gangs wanted to profit from the situation, so they blackmailed the mining team for hush money. And that was the final straw. Well, I can understand your thinking. It's just that the underground is in difficult straits. And that's how the clash started. Now both sides are dealing with heavy losses. So, are you guys here to help resolve the conflict? They're here, because they need a favor from Chief Oleg. I'm escorting them. And seeing as you need that helping hand, it wouldn't be too much to ask you to lend one here first, right? Of course we want to help. We care about other people too, you know. Of course it is. Nobody gives us without expecting something in return. I believe we're dealing with kindhearted people here, Zila. As you've all seen, the situation down here is, um, strained. If you can, we would really appreciate you helping the people. Tja, was soll ich dazu sagen? Wir sind halt nun wirklich ein Wildweizen-Fieshut. Äh, Filzhut. Der Musketieren. Jo. Aber woher würden wir jetzt diese Gelikte kriegen? Naja, die... Ist das jetzt, der sagt die oder die? Die Astral Express Familie Bild. Aha. Eine... Ein seltsamer Gegenstand gefunden. Tja. Relikte. 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 Sie sind Relikte. Danke. Und was ist ein Relikt? Ein Polymer, das aus einem Datenstrom hergestellt wird. Viele glauben, dass sie mit Stellarons in den Fragmenten zusammenhängen. Was wir als Relikte bezeichnet, sind von Fragmenten angegriffene Objekte, deren Daten gespeichert und dann rekonstruiert werden. Okay, danke. Und was ist ein Relikt? Du könntest Hertha fragen. Sie ist Expertin in Sachen Reliktforschung. Äh, das könnte jetzt also eine neue Quest sein. Aber hey! Wir sind jetzt sowieso total überlevelt. Äh, und wie kommen wir jetzt also hier rein? Ganz offenbar so. Der schläft. Der schläft. Der schläft in einem Ort wie dieser. Der schläft. Hey, wäki wäki wäki. Du kannst du mushrooms auf dem Kopf werden. Mushroom bread. Ich kann es nicht sehen auf dem Menü. Huh? Miss Sela! Hast du ein Deathwish oder was? Wie kannst du hier schläft? Geh hier! Geh zurück zur Sicherheit und hol dir Schutz! Hol dir Schutz? Ich erinnere mich jetzt. Diese Leute kamen aus keinem Ort und kamen in eine Kampf mit dem Mining-Team. Und dann, wo es Wildfeuer hin? Uh, further in, I guess. Dankeschön, dass ich mich auf meine Füße getroffen habe. Wenn ich bald genug zurückgekommen werde, werde ich Zeit für eine... ...eine... ...eine... Das wird ja recht ermüdend. Roboter, aber ich weiß gar nicht was. Roboter? Oh, wissen Sie nicht? Die Intersekten der Großmutter wurde durch eine Reihe von Roboter. Nichts die Mining Team, nicht die Vagranten können irgendwo hinbekommen. Neue Challenger sind. Über Zeit. Die Konflikte der Menschheit sind so abhängig. Wer weiß, wo die Roboter kommen? Erstens wussten wir, dass eine kollektive Fault in den Excavationsmaschinen geschah. Aber dann haben wir herausgefunden, dass diese Maschinen nicht auf die Mining Team verliehen. Sie kamen aus keinem und haben die Vagranten und uns zurückgezogen. Dann haben sie die einzigen Tunnel in die Intersekten gebrochen. Es gibt keinen Weg, dass jemand in der Mining Team hinter sich ist. Das ist ein einzigen Tunnel. Aber eine ganze Gruppe? Impossible. Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Boss Svarog. Svarog? Das Name klingt gut. Erinnerst du die Roboter in der Boxing Gym? Oh, Boss Svarog's Roboter. Was ist das Problem? Das ist das Problem. Er ist nicht zu beantregen. Wir gehen und finden andere Leute. Elaine, kannst du zurück nach Sicherheit zurückkommen? Nein, Problem. Zilla und die resten, bitte. Begut. Roboter? Auf die Menschen gegen die Menschen? Ich habe nie gehört, dass solche Dinge so. Machines sollten die Menschen nicht zufrieden. Das ist nicht das einzige, was du hier hier nicht gehört hast, Prinzessin. Mal sehen. Posieren können wir jetzt eher sagen nicht? Naja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Na gut, aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt hier leider auch nicht mehr sehr viel zu tun. Wir brauchen jetzt noch die Trailblaze-Mission. Die Vergangenheit kommt als Lawine zurück. Und, naja, eine Lichtkegel jetzt nochmal aufsteigen zu lassen. Das wäre jetzt natürlich auch nochmal ein Bereitsmöglichen. Damit müssen wir jetzt eher sagen, anscheinend jetzt bloß nur eine Hauptmission erledigen. Und was haben wir Neues? Teleportieren. Verbleibende doppelte Aktionsbelohnung. Hm, Blütenkelch. Golden Knospe der Schätze. Wenn die Ersack neu ist, dann muss die Ersack ja eigentlich ja hier irgendwo sein. Aber, wie dem es sei, da Ersack das Ganze sich jetzt hier in der Bergbau, äh, naja, in der Mine ein bisschen weiter in die Länge zieht, würde ich jetzt erstmal sagen, an der Stelle erstmal eine Pause. Und damit erstmal Tschüss bis zum nächsten Mal. Wo wir dann, Ersack ja sowieso auch unser Abenteuer weiter fortsetzen werden. Generell könnten wir vielleicht noch ein paar weitere Missionen erledigen. Aber so oder so kommen wir, Ersack, den nächsten Versuch des Jing Liu Banners immer ein bisschen näher. Hm. Da würde ich also wirklich mal sagen, das würde sicherlich nicht mal allzu lange dauern. Bis wir den nächsten Versuch starten können. Naja, um genau zu dem nächsten Versuch ist Ersack schon eine nächste Aufnahme. Mh, ja, fast. Mh, ja, fast. Mh, ich würde, Ersack jetzt wirklich, Ersack mal sagen, im nächsten Part können wir so oder so, Ersack das Ganze nochmal ausprobieren. Und damit sage ich jetzt Tschüss bis zum nächsten Mal. Bis dann und Ciao. Bis dann. 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 Vielen Dank.